Musik Hier haben wir uns jetzt auf dem Weg nach Las Palmas gemacht, das ist die Hauptstadt von Gran Canaria. Hier gibt es eine neue Attraktion und zwar das Meerwasser-Aquarium Poema del Mar. Wer auf Gran Canaria Urlaub macht, sollte dieses Aquarium auf jeden Fall besuchen. Es lohnt sich. Musik Ein besonderes Highlight in diesem Aquarium ist eine Aquariumwand, die eine Breite von 39 Meter hat und eine Höhe von 7,50 Meter. Es ist schon ein gigantisches Teil, was wirklich super, super und aussieht. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.